Dem-dam-dam-dam-dam! Dem-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam! Hm... Erstmal checken! Bada-bam! Also notfalls kann man die Musik dann auch leiser machen. Ich brauche die TM-Liste, weil ich habe was vor. Die TM-Liste. Willkommen bei Pokémon. Ich möchte Aquamoli leveln. Das Aquana. Dazu brauche ich die TM-Liste, weil ich habe noch gar keine richtigen Attacken für sie. Ich habe doch ein Geschäft mit TMs. Da gehe ich jetzt als der erste Sinn. So, hier ist die TM-Liste. Autsch, ich muss mich heilen. Janera. Oh, die habe ich noch nie angesprochen. Ciao. Ciao. Wir heilen sie. Ich glaube, ich habe keine Attacken für sie. Vielleicht kann ich eine kaufen. Danke. So, schauen wir mal, ob die überhaupt im ersten Platz ist. Ne. Aquamori ist jetzt das schwächste Pokémon für uns. 27, 31, 33. Also die muss unbedingt. Welche TM-Liste habe ich dabei? Gar keins. Genau. Die X-Treffer haue ich mal weg. Ähm, ich habe das Item-PC. Wir legen jetzt mal was ab. Nugget muss ich verkaufen. Da, 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 da. Ein Paarerheiler. Hm. Elixier. Das brauche ich doch auch nicht mehr, oder? Was ich dann später bin fragen, der, der sich auskennt. Ich habe ja das Ding jetzt gemacht. So, und aufnehmen. So, TM-4. Wirbelwind kann sie nicht lernen. Aquaknare. Da muss doch. Ja, und ich jammer da so rum. Das ist doch perfekt. Ja, schau her. Sagt bestimmt wieder wer. Oh, der lernt doch Aquaknare. Ist mir jetzt egal. 45, Donnerwölle, nein. 44, Erholung, nein. 42, Traumfresser, nein. Vim-5 ist Blitz, oder? Brauche ich nicht. TM-30, Teleport. TM-28, Schaufler. Kann, kann Aquaknare? Das ist doch ein Hund, äh, ein Katzenhund. Kann nicht Schaufler, oder? Das wäre so krass. Ähm. Das wäre zu krass. Das war so ein Traum. Bevor ich das jetzt aktiviere, gehe ich trotzdem nochmal ins Geschäft. Und schaue, was es da noch gibt. Erstmal lege ich das nochmal ab. Ram-bam-bam-bam-bam-bam-bara-bam. Ablegen. Äh, 48. Dann können wir mal ein paar Mal den Chat her tun. Moment. Perfekt. Wo es nicht perfekt ist, aber... Nein, ich kriege es aber nicht besser hin. Egal. So, wir fliegen. Wir haben gelernt, wir können fliegen. Mit dem Hühnchen. Bamm-bam-bam-bam-bam-bam. Oh Gott. Wie hat das dort heißen? Saffronia. Müsste es eigentlich sein. Na, kann sein, dass wir gerade eine paar Mal hin und her fliegen. Das ist für euch. Oder? Moment, moment, moment. Moment. Das war doch so grosses, mit grossen Gebäuden. Ich verschwende Zeit. Ich verschwende Zeit. Oh, doch. Moment, Moment. Steht da nicht. Da muss doch ein Pokémark draufstehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Bürogebäude, da war ich noch gar nicht drin. Ich verlaufe, ich suche ein grosses Einkaufsgeschäft. Ein grosses Einkaufsgeschäft. Bin ich glaube ich in den falschen. Das ist ja alles ein kleines. War ich da auch schon drin? Können wir trotzdem mal schauen, ob es doch auch TMs gibt. Ja, ja, möglich. Gerade mal, ob wir gerade das Nugget verkaufen. Hallo, Darkie. Oh ja, morgen. Wird spannend. Wird bestimmt sehr ausgeglichen. Ich sag, es wird ausgeglichen. So, Nugget. Zweimal. Kannst du dich mit Pokémon aus? Ich suche nämlich das große, das große Markt, den großen Markt suche ich nochmal. Was ist das, was nicht Pismania? Das könnte doch sein. Ich werde morgen viel Neues testen. Oh, 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 oh. Das könnte es nicht sein. Dafür haben wir gute Musik. Oder wohl? Moment, doch. Ja, da ist es. Ah, ich habe es selber gefunden. So, jetzt muss ich natürlich nur wissen, wo waren die TMs? Ja, so, jetzt schauen wir mal. 32. Doppelteam, nein. 33. Reflektor. TM2. Klingensturm. TM7. Hornbohrer. 37. Eierbombe. TM1. Mega-Heap. Mega-Kick. Body-Check. Überroller. Nein. Nichts dabei. Für meine Aquamarie brauche ich das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Donkey Kong spielen werde. Donkey Kong ist sehr schwierig, wenn ich den gegen mein Yoshi einsetze. Das wird für mich dann eher leichter. Aber vielleicht benutze ich auch mal einen Cloud. So, ich kaufe. Okay, das waren es anscheinend schon. Dann haben wir auch keine Kanarele. Nein, das geht auch nach unten. Ist das da? Ah, kommt. Aber egal, kriegt es. Wir verschwenden Zeit. Nein. Nein. Aber Magneton ist ja die Frage. Der ist ja unter mir da. Obwohl wir den behalten sollen. Das ist halt mein Lieblings-Pokémon. Magne. Magni. Tendon. Magne-Tondendon. Magni. Eisen, Calcium. Da können wir unsere Pokémon so richtig buffen. Das wäre auch mal was. Kaufen wir mal irgendwie was. Die 2D-Designers von den alten Pokémon finde ich einfach viel besser als die 3D. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt müssen wir auf. Nehmen wir mal Eisen. Ich glaube, das war nicht schlecht. Aber wenn ich mir das falsch mache, ist mir egal. Und nochmal mehr Energie für Knudel-Luft vielleicht, weil er eh schon viel Energie hat. Vielleicht können wir den dann noch stärker machen. So, jetzt benutzen wir erst einmal TM12. Wir haben endlich eine schöne Attacke für unsere Aquamorie. Endlich. Birking und Sau. Ich finde das 2D auch so super. Risiko-Teckel und Ruckzuck hier von mir. Achso, weil ich das glaube ich wollte, dass die Risiko-Teckel kriegt. Perfekt. So, und jetzt haben wir noch. Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp So, und jetzt wo gehen wir jetzt... Erstens, weil weiß ich nicht, wo es weitergeht. Und zweitens, weil ich mal Aquamori leveln. Aber ich will jetzt mal in das Bürogebäude gehen. Was war denn das? Brauch mal trinken. Danke, ich zeig dir mal mein neues E-Mode. Moment. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Finde ich eigentlich ganz hübsch. So, wo war denn jetzt das Bürogebäude? Was interessiert mich jetzt? Anton, ja genau, du hast das E-Mode. Finde ich super eigentlich. Hi. Hi, Fisch. Wir wollen Macamori leveln. Ich will mal wissen, was das Bürogebäude hier jetzt ist. Aber da... Freude, wo ich doch diesen Reader gekriegt habe, oder? Habe ich das wieder so vergessen? Ne, das ist was ganz anderes. Ich habe da keinen Pool gehabt. Wo bin ich hier? Keine Rezession ist da. Die Musik kenne ich auch noch gar nicht. Doch. Ne. Hey Kleiner, was machst du hier? Wo bin ich hier? Hat ja lange gedauert, dass du ihm zulassen hast. Du hast gesagt, das war... Was war denn das Problem? Ich glaube, dass die einfach mich nicht... Es ist wichtig, es sehnt haben. Gott, wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin hier zu früh. Wo bin ich hier? Das war gut, hoffe ich. Ja. Bis. Ich bin einfach in so einem Bürogebäude drin. Aber ich glaube, ich kriege viel XP, oder? 400. Jetzt wollen wir immer mit Aquacamarie auch immer rein. Das hilft uns nichts. Das ist Level unter 30. Ich bin gespannt, wenn mein nächstes Emote, ob das auch so lange dauert. Dann wechsle ich gleich wieder. Das ist was ich XP kriege. Kommt Fußstrahl. Ah ja, klar. Hey Anton, willst du mir verraten, wer dein neuer Charakter ist? Nein. Mote. Selbst Kou geschlagen. Wollen wir gleich mal meine... meine Dinger herrichten. Meine Alerts. Aber die passen ja da gut. Ähm... Das hier. Hey, was für das denn? Es schlägt sich selbst da um. Kein Alerts. Habt ihr das gehört? Oh, das ist voll viel zu groß. Ah, Triggerfire. Alertsound. Ach du, ich hab's jetzt gehört. Okay. Ähm... Ich hab's nicht gehört. Warum war das so groß? Darf ich nicht sagen, wenn der Switch mitbekommt, hasst er mich. Bitte nicht. Anton, bitte nicht. Willst du unsere Freundschaft wirklich so auf die Probe steuern? So, wo jetzt war jetzt dieser Es war so groß. Alertsound. Triggerfire hab ich so klein gemacht. Hm. Follow Alert. Mal schauen, ob ich ein Ding höre. Lecker, schlecker. Mh, lecker, schlecker. Hör ich auch, nicht? Habt ihr lecker, schlecker gehört? Was ist hier los? Warum höre ich es nicht mehr? Der Sound ist da. Habt ihr lecker, schlecker gehört? Ne, ähm, ich mag doch den Charakter, aber wenn du Rosalina jetzt spielst, dann wird die Freundschaft auch von Vici auf die Probe gestellt. Das war ich gemeint. Warum geht der Sound nicht? Wenn ich an eine andere Szene gehe, ich geh jetzt mal kurz in eine andere Szene. Lecker, schlecker. Mh, lecker, schlecker. Habe ich auch nicht gehört, aber ihr hört es hoffentlich. Ähm. Ah, ich habe eine Idee, warum. Moment, Einstellungen. Audio. Tatsächlich. Aha, alles gut. Zack. Aber warum das jetzt so eingestellt wurde, weiß kein Mensch. Und warum gibt es hier bloß noch eins? Doch da. Übernehmen. Warum ist es rot? Das geht gleich wieder weiter. Jetzt ist es nicht mehr rot. So, ich probiere noch einmal alert. Aufpassen. Was geht ab? Hä. Ich höre es nicht. Hm. Es war Smash. Magni ist verwirrt. Es hilft jetzt nichts. Wahrscheinlich beim Neustarten dann wieder. Ich finde den Schau eigentlich ganz lustig. Ich finde ihn auch super. Ich wollte ihn auch schon öfter nehmen. Ich habe es halt einfach mitgemacht, nicht gemacht, damit nicht, dass er Vici wütend wird. Der will ja gleich alle bannen. den. Den wurde Rosalina benutzt. Ich mache ganz kurz Stream beenden und wieder neu starten. Sorry. Bin gleich wieder da. Oh.